so leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren live stream hier auf meinem kanal mr freedom ade heute mal wieder standardmäßig mit fortnite am start freunde und ja erstmal werde ich ein bisschen solo zocken dann kommt noch der spät dazu und später wahrscheinlich dann auch noch die vanessa ja wir schauen mal was heute so geht im fortnite bis jetzt habe ich mich schon ein bisschen eingespielt mit paar runden und ja ich schau jetzt gleich mal ob das film legt oder funktioniert okay funktioniert alles tipptopp meine freunde und ja so öffentlich gleich mal den chat cooler zocker moin moin heißt dass du auf jeden fall am start bist bist der erste heute ja ich stream heute bis die skins rauskommen also bis zwei uhr und dann gönne ich mir noch paar filme und so ja so denke ich mal werde ich meinen abend heute gestalten so ich bin gleich mal eine runde solo die expert moin moin heißt dass du auch wieder am start bist so schauen wir mal heute habe ich nur duo und squad gespielt ragon bzw gabriel musste dann durchziehen weil sein internet rumgespinnt hatte aber später kommen auf jeden fall noch ein paar dazu mein herz ist jetzt geladen muss kurz schauen ja wie ist das nice freunde wir landen natürlich direkt tilted bietet sich ja genau gut an die flugbahn so lobe ich mir das auf jeden fall mal schauen was heute so für skins rauskommen ich hoffe auf jeden fall dass hier der neue avengerskin rauskommt da oder wie auch immer heißt an der reaper skin tut mir leid was für avenger kapper so moin junus ja du kannst gerne später mitspielen ich spiele noch paar solos jetzt zum anfang und dann lade ich dich dann auf jeden fall ein in die party so wo ich habe anzeige back ich sehe den chat nicht richtig so jetzt jetzt sehe ich in meine freunde tipptopp so so muss es sein das reinge so ist auch so unnötig as fuck aber naja sind neue funktionen wir dürfen uns ja nicht beklagen so man schauen ob wir jetzt sehr gut landen ich hoffe es zumindest hier kommen einige mit wie immer enthieltet wir sind uns ja schon langsam gewohnt meine freunde und ja ich sehe gleich eine shotgun und der andere grabt sich die natürlich direkt ja legt sein urgross vater das war es dann mal wieder komplett freunde oder auch nicht schauen wir mal ja moin alles klar kapper das war's mit dem mal wieder habe ich mich wieder absolut auf einen gegner fixiert und den anderen absolut vergessen obwohl ich ihn gehört habe naja schlecht gemacht von mir belastend freunde belastend naja was willst du tun das wahrscheinlich oder so bisschen einspielen meine freunde wisst bescheid simon hatte moin moin freut mich natürlich dass du am start ist kann ich mal mitzocken ja du kannst gerne mitzocken aber momentan spiele ich jetzt ein bisschen solo aber später könnt ihr alle mitspielen erde mich einfach mein psn namens ist ja ganz unten eingeblendet eisneckz.h heißt sich dort schickt mir eine fra und du bist dabei und wenn du in der fl schon bist dann ist das natürlich doppelt nice dann schreib mir auf jeden fall wenn du schon in meiner fl bist schreib mir auf jeden fall ähm in den chat wie du heißt auf psn dann lade ich dich dann auf jeden fall ein g expert ja das verfolgt mich jetzt wahrscheinlich mein ganzes leben lang x die wand hashtag die wand ist schuld okay hier kommen einige mit sind zwar nicht so viele aber naja habe ich gesagt ich will hier landen ja gut das habe ich äh war es das mal wieder komplett wir wissen es noch nicht leute aber es könnte sein das war es dann mal wieder komplett denke ich jetzt mal wenn ich gleich keine shotgun kriege okay hier haben wir eine ist der unter mir ich weiß es nicht auf jeden fall droppen wir die scheiße gleich hier ja moin die die das vergessen wir wohl besser meine freunde das vergessen wir wohl besser die flugbahn war auch übel scheiße ich kann es nur auf die flugbahn schieben hashtag die flugbahn meine freunde ja moin nice der wahl der wahl ist endlich da gleich mal einstellen der wahl das ist natürlich absolut nice jetzt habe ich hier die kröte drin aber jetzt nehmen wir auf jeden fall den wahl äh oh das lama digi ja ok ne komm wir nehmen den wahl wo ist der wahl hallo wali wo bist du bin ich behindert äh wo ist der wahl ja moin achso hier ok hier muss auf jeden fall sein die mons habe ich noch nie gesehen absolut los achso hier nice hier nehmen wir gleich mal den wahl was für eine farbe natürlich noch irgendeine ozeanfarbe so passend natürlich so meine freunde pfix moine hast du am start bist du was letztes mal ja auch schon am start freut mich auf jeden fall dass du wieder dabei bist grüße gehen auf jeden fall an jeden einzelnen raus der gerade eingeschaltet hat freut mich auf jeden fall wir streamen bis zum shop und ja mal schauen vielleicht nach dem shop noch eins zwei runden und dann gehe ich dann auch schon langsam offline und können wir dann auch ein bisschen netflix und den einen oder anderen film auf kinox das wäre der absolute headshot der vergeltung gewesen aber wir sind ja erst auf der startinsel meine freunde jetzt kommt es noch nicht drauf an die f**k so machen wir ein kleines dance battle meine freunde der dance sieht schon nice aus aber ich habe ihn leider verpasst naja naja donaten wir ihm doch mal was so hier hast du deine money bitch ja moin er haut absolut ab so wo landen wir die flugbahn ist ja mal wieder anders beschissen kommen wir droppen heute mal in salty springs meine freunde sollte die springs is love pyro kill feuerwerk moin freut mich auf jeden fall dass du am starb ist sehr nice dass du eingeschaltet hast so wir droppen gleich in salty die letzten zwei runden war ja leider nicht so nice aber naja man muss sich ja erst einspielen so man sich gut land ich beschissen kann ich leider noch nicht beurteilen aber ich denke mal dass ich beschissen lande aber für das haus vor mir sollte es eigentlich reichen wenn hier noch keine lande der ok war es das komplett wieder nicht das war es nicht der andere landet im anderen haus gleich mal hier nach unten hier wäre es eine waffe gewesen aber naja so gleich mal einsaugen die scheiße die nichts mehr ok ich bin im absolut schlechtesten haus u west freunde das war es dann mal wieder bewerten und kommentieren nicht vergessen ihr wisst bescheid das war es dann auch schon wieder das war es dann ist das war es dann auch schon wieder da ist das war es dann auch schon wieder ja moin ja ich war schon wieder low belastend rosenzweig moin ja wie gesagt alle die mitspielen wollen die haben nachher die gelegenheit momentan muss ich mich leider noch ein bisschen einspielen ihr seht es ja ich bin absolut los der erst fakt momentan naja heute ist sowieso nicht so mein tag im ford night aber ich bin auf irma basis trotzdem für euch am start ihr wisst bescheid naja man muss ja nicht immer nur streamen wenn man gute runden macht man kann ja auch einfach so mal streamen einfach so als prinzip meine freunde also meiner meinung nach so eure meinung ist interessiert mich natürlich nicht kaputt übrigens spiele ich auch mal mit einer anderen sensibilität das ist natürlich auch eine ausrede die ich eigentlich bringen könnte aber naja man kennt ihn so die warum ist die zonen über tiltet great montana nice dass du dabei bist wieder ja wie schon erwähnt ihr könnt nachher alle mitspielen also ich denke mal so ich mache jetzt noch zwei drei solo runden und dann könnt ihr auf jeden fall alle mitspielen moin moin king flames nice dass du am start ist freut mich auf jeden fall ja eben wie schon erwähnt ihr könnt alle nachher mitspielen ich mache noch paar runden solo und dann lade ich euch alle in die party ein bleibt auf jeden fall am start heute ist auch wie er gelesen hat fortnite easter special also oster spezial und das heißt vielleicht man hat gemunkelt gibt es ein gewinnspiel heute man weiß es nicht könnte aber gut möglich sein ich habe da was gehört freunde ich habe da was gehört direkt zwei kisten ich wollte schon sagen skorafnass leider nicht das war es dann mal wieder komplett freunde wenn hier ein gegner ist bin ich jetzt absoluten lost so so hau die scheiße rein gut skorafnass jetzt können wir den spruch droppen freunde skorafnass da premium loot ist da jetzt muss nur noch das premium im kommen und dann jetzt auch schon los hier mit den ersten wins kiste ist da gibt mir was gutes bruder ich küsse deine augen ist jetzt nicht schlecht sind zwar nur zwei waffen aber naja ich kann mich kann mich ja nicht beschweren die neue shotgun und dies gar habe ich dort was vergessen ne das ist nur granate ok ok gut 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 munitionskissen irgendwo ok nicht ok ok noch eine pump wäre nice team beat 2 moin nice dass du am starb ist vielen vielen dank bruder für das kompliment ist dort vorne einer ich dachte schon das hat schon so ausgesehen ist auf jeden fall nochmals eine kiste die können wir uns gleich leider absolut nichts gutes drinnen ein bisschen material wäre noch nice wo laufen wir denn hier durch ja ok hier vorne sollten auch ein paar kisten sein er ist auch schon der erste gegner hat uns noch nicht gesehen die bewegen uns auch ein bisschen sneaky jetzt extra ich hoffe der ist ein no hand ich bin wahrscheinlich der no hand danke bruder großzügig von dir dein medikit falle hier ne ok auch das ist ein tipp freunde zuerst immer die schild ist rein knallen weil ja das medikit braucht länger als die schild ist und dann habt ihr auf jeden fall schon ein bisschen schild wenn euch falls euch jemand attackiert so hätten wir das auch schon schade hatte der kein material habe ich jetzt voll nachgeladen die ok ja da moin bruder mach nicht diesen jetzt ist das eine man weiß es nicht aber dort war glaube ich schon einer ok zone ist nicht schlecht leute zone ist nicht schlecht ok hier war auf jeden fall einer war er das könnte gut möglich sein ok sind auf jeden fall ziemlich offensiv unterwegs ob das gut ist oder nicht keine ahnung freunde man weiß es nicht nichts drinne hier alles klar vor alles klar ok dort unten ist einer der ist aber der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg gerade das wird glaube ich auch gefeitert soviel es aussieht weiss nicht weiss nicht dort war auf jeden fall einer ist er durchgezogen wahrscheinlich gut möglich ne ok 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 freunde swiss moin nice dass du am start ist freut mich auf jeden fall wie gesagt freunde zwischendurch kann ich natürlich auf den chat achten aber ich muss mich natürlich mehr auf das spiel konzentrieren auf also auf den chat dort hinten ist er hat er mich gesehen man weiß es nicht so recht freunde ich glaube eher weniger ich glaube eher weniger jeder hat mich selbst nicht gesehen hat er jetzt hochgeladen was ist das für ein glitch was war das denn bruder habt ihr das gesehen WTF ja moin absolute boost jump das war ja der absolute boost jump EU west freunde ja moin ist das mit dem neuen update hinzugekommen das war ja absolut black ops 3 ja moin das fasst man wieder komplett freunde hat ihm absolut nichts gebracht er war glaube ich auch gerade bisschen verwirrt warum ich hier einfach so rum jumpen konnte aber naja selbst schuld selbst schuld selbst schuld selbst schuld werden wahrscheinlich ja moin das war's denn mal wieder komplett der war one shot oder wie viel leben hat er noch ja moin ja moin der war one shot alles klar okay ja ich hätte Waffe wechseln sollen belasten ja da können sich auf jeden fall über meinen loot freuen naja war schon mal nicht schlecht der anfang der runde war nicht schlecht bis heute der beste anfang meine freunde ich hoffe das geht auf jeden fall so weiter läuft der stream flüssig ich schaue mal ganz kurz ihr hört mich kurz doppelt auf jeden fall über meinen loot freuen ja ihr hört mich auf jeden fall nice nice so muss das auf jeden fall sauer leute neuen likes übertreibt man nicht meist auf jeden fall freunde vielen vielen dank für ein like support und aktivität im chat ist auf jeden fall wieder mal eins a bitte noch nicht beitreten freunde noch nicht beitreten sei mir nicht böse ich werfe dich gleich raus beziehungsweise auch alle anderen die gerade joinen werden vielleicht wie gesagt ich mache noch bisschen solo und dann lade ich euch ein ganz zwei runden so ja der shop was haben wir dann für zeit ja noch ein bisschen mehr aus einer stunde und dann ist der shop auf jeden fall am stüssel sei mir nicht böse super schnuffer lino aber ich habe gesagt ich mache kurz bisschen solo und jetzt habe ich durchgestartet ich hurensohn bitte komm mach nicht diesen jetzt hallo bitte ok gut solo natürlich was für durftige funktioniert ja gar nicht so spitz ist ready alles klar ok nice nachher kommt noch ein anderer youtuber hinzu der stream teilweise auch und ja aber leute ich kann euch die wins momentan nicht zeigen da bei jedem der gerade spielt die wins nicht angezeigt werden da irgendwie fordnet ein bug hat oder so oder auf jeden fall bei bei einigen vielleicht nicht bei allen aber bei mir ist es jetzt zum beispiel so wenn ich euch die stats versuch zu zeigen funktioniert das irgendwie nicht steht vorübergehend nicht verfügbar wenn ich dort drauf gehe da hat heute schon jemand gefragt und ja die expert morgen ja kann sein dass ich morgen streame ich will jetzt nichts versprechen aber ich denke mal eher schon jenny x moin freut mich dass du dabei bist ja ihr könnt alle mitspielen aber jetzt mache ich noch 1 2 runden solo und dann könnt ihr auf jeden fall mitspielen aber meine freunde abwechselnd das heißt alle 2 3 runden wird werden die spiele ausgewechselt dass das alles auch gerecht ist für alle ich werde jetzt wieder absolut behindert gelandet und ist hier eine kiste man weiß es nicht nicht weniger ok wir sind dann mal wieder behindert gelandet hier in shiftini das war es dann mal wieder wenn ich hier nicht gleich eine waffe finde passt das mal wieder komm komm stirb ja bruder ja moin nice da tut er da tut es nicht so weh zu verlieren freunde da das tut jetzt nicht so weh ja moin hat ihn einfach die granate getroffen so muss das sein Hosenzweig stimmt du bist in letzter zeit ziemlich gut unterwegs du bist sehr aktiv da kann man auf jeden fall mal schauen ob ich dich zum moderatoren nenne wie gesagt momentan ist vanessa raugum 45 beziehungsweise gabriel und der spitzende cz beziehungsweise der spezi dabei im moderatoren team und dich kann ich auf jeden fall auch hinzufügen fügen ich überlege mir das noch kurz aber du stimmt schon du bist ziemlich aktiv momentan ich denke mal eher schon also du wirst wahrscheinlich wenn du morgen aufstehst moderator sein ich lasse mir das noch kurz durch den kopf gehen aber ich denke zu 99,9 prozent bist du auf jeden fall dabei so freunde lasst auf jeden fall mal ein like da dass ich sehe wer wirklich aktiv zuschaut sind ja schon neun likes da was will ich eigentlich noch was will ich noch mehr ähm so so Ehrenbruder Tilted ist mal wieder in der flugbahn freunde Jenny x ja ist ok ich nehme dich nachher gleich an ja frohe ostern zurück und natürlich auch frohe ostern in den stream an jeden einzelnen von euch da draußen ich hoffe ihr wurdet gut beschenkt mit irgendwelchen osterhasen oder money 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 kann man ja immer gut gebrauchen money 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 und schokolade natürlich auch meine freunde ok Jenny wie du siehst ich habe deine freundschaftsanfrage bekommen und ich land natürlich wieder absolut behindert sein vater und das war's dann vielleicht mal wieder komplett man weiß es noch nicht so ganz das ist ja moin es hat absolut gelegt habt ihr das gesehen ich wollte direkt abglücken aber äh abglücken abdrücken natürlich wahrscheinlich abglücken ja moin es hat absolut gelegt habt ihr das gesehen ja jenny x abo plus glocke plus like das freut mich natürlich übelst vielen vielen dank vielen vielen dank für dein abo für dein like und natürlich für die glocke für alle dies natürlich für alle die natürlich die glocke nicht kennen die glocke kann man aktivieren dass ihr benachrichtigt werdet wenn ich gerade streamer oder neues video online ist so verpasst ihr halt nichts auf meinem kanal und ja wäre auf jeden fall nice von euch wenn ihr die aktiviert weil momentan werden die videos halt nicht im startbildschirm beziehungsweise auf der startseite angezeigt und da ist das auf jeden fall hilfreich die glocke zu aktivieren viele zuschauer meinen auch immer das abos sei kostenpflichtig das ist aber nicht so bei youtube sind die abos kostenlos meine freunde da ist alles kostenlos ja so flugbahn ist wieder mal nice direkt tilte freunde tilted towers all day wisst ihr bescheid 24 7 tilted ne eigentlich nicht aber naja rosenzweig ich habe die doch schon eben gesagt ich lade euch dann alle ein wenn ihr mitspielen könnt so droppen wir hier mal raus kap ähm ja meine freunde noch eine coole story by the way ähm ich und gabriel und vanessa haben heute ein paar äh squads matches gespielt und meine freunde ich hatte einfach dreimal ein lama heute plus gabriel hatte auch noch ein lama heute also wenn das mal nicht nice ist dann weiß ich auch nicht und bald sollen ja die lamas weg kommen da ist es auf jeden fall nice die lamas noch dreimal begrüßen zu dürfen und sie richtig zu verabschieden freunde bitte lass eine waffe hier drin sein das ist der 1 2 1 2 3 4 ist hier noch einer doch einen gehört hier ja Komm her Bruder, ich fick dich gerne. Ja moin, absolut fick ich ihn gerne, ja moin. Splasher, moin moin, gleich neue Shop, ne leider nicht, die Zeitumstellung ist ja da und deshalb kommt der Shop leider Gottes erst um 2 Uhr morgens, ich weiß, ich weiß, scheiße, ja Fortnite hätte das eigentlich anders machen sollen, aber naja, man kann es ja nicht immer so machen wie die Fans wollen, aber die hätten das meiner Meinung nach ruhig anpassen können, dass der Shop wie immer um 1 Uhr erscheint, aber leider, da die Zeitumstellung, die ja eigentlich auch unnötig ist, meiner Meinung nach, da ist, kommt der Shop leider erst um 2 Uhr, belastende Sache auf jeden Fall. Splasher, ja, Kampfpro, ich weiß, aber ich bin zu Fall, um mich umzugewöhnen. Das ist das Ding, aber ich werde, ich habe es mir auf jeden Fall für die neue Season dann, die kommt, vorgenommen, auf Kampfpro umzusteigen, umzusteigen, so für den Versprecher, und ja. Ja, Freunde, für alle, die gerade neu dabei sind, freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, um diese Uhrzeit ist das natürlich nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und falls euch ja der Stream gefällt, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen und ein Like. Ja. So. Tiltet, ihr wisst Bescheid. Schreibt mal in den Chat, auf welche Sensibilität ihr Fortnite spielt. Das würde mich mal interessieren. So, donaten wir ihm mal ein bisschen Geld. Ja, moin. Animation konnte nicht geladen werden. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja, moin. Was war das jetzt wieder? So, das ist dann mal wieder komplett, Freunde. Und beschissen lande ich jetzt auch noch. Scheiß mal auftiltet jetzt. Landet einer Hotel. Hotel, ja, einer landet Hotel. Aber, meine Freunde, wir gehen jetzt in den geheimen Bunker hier unten. So, Freunde. So. Absolut der Scheiß-Loot wieder. So, was ist das mit den Kisten? Normalerweise, Freunde, können hier bis zu drei Kisten spawnen. Aber heute hatten wir mal leider wieder Pech. Mit dem Loot hier. Aber naja, was willst du machen? Gleich mal ein Schild rein drücken. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt anach hier. Wollen hier noch ein bisschen Steine ab. Oder komm. Ja, moin. Bitte sendet keine Einladungen. Wenn ich euch dabei haben will, dann sende ich euch die schon selbst. Ja, hier hat es noch Mini-Schildes gehabt. Ja, moin. Habe ich absolut vergessen. Ähm, ja. Hier ist doch einer. Komm, verarsch mich jetzt nicht. Ist doch bestimmt einer gelandet. Ich habe es doch gesehen. Das wäre es natürlich jetzt wieder komplett, wenn ich hier jetzt draufgehe. Wichtig, Freunde. Ich habe es doch gesehen. Wurde ich zweimal gehittet? The fuck? Hat er hier eine Falle irgendwo platziert oder so? Nee. Okay. Alright. Alles klar. Okay. Ich glaube, er hat denn noch nicht alles gelootet. Ja. Loot sieht doch nicht mal so schlecht aus, Freunde. Hier ist auch noch eine Kiste. Habe ich denn Quests schon hier? Vorbeizulaufen. Ja, okay. Boah. Nice. Komm. Nimm jetzt ein Schildi, Mann. Ist ja auch noch irgendwo eine Kiste. Okay, okay. Nee, AR wäre noch nice. Digi, wie langsam hatte der dann gelootet. Jetzt war es ja mal wieder komplett mit ihm. Das war es dann mal wieder komplett. So. Das machen wir so. Ach so, healen. Ja, moin. So. Ah, ich dachte schon, das wäre eine AR gewesen. Belastend. Okay, okay. Durch das Haus waren wir schon. Wir waren schon überall hier. Außer hier drüben. Hier waren wir noch nicht. Bitte Gott, gib mir eine AR. Das war es dann mal wieder komplett, Freunde. Ob der Baumeister, ihr wisst Bescheid. Ach so, nachladen. Okay, okay. Ah, okay. Hier ist wieder eine Küste. Bruder. Nice. Ob ich mir das... Ähm... Hab ich einen gehört? Ich hab doch hier gerade Schritte gehört, Bruder. Und da hat sich das nur so angehört. Okay. Okay. Dann hab ich mir das wohl eingebildet. Ja, moin. Das war es dann mal wieder komplett. Wir gehen gleich mal auch nach hier auschecken. Jetzt noch Mini-Schildis. Beziehungsweise Munition, die ich gebrauchen kann. Ähm, ja. So, so, so. Ich muss sowieso hier durch. Ich befinde mich absolut in einer Scheiß-Position momentan. Zu Open-Field. Zu Top-Niner. Nee. Okay. Okay, Freunde. Dort oben war keiner. Das war so ein Scheiß... Ja, moin. Ich dachte schon wieder, die verfickte Vogelschirche wäre so ein... ...wär ein Gegner gewesen. Man kennt ihn. Man kennt ihn doch, Leute. Ähm... ...wär ein Gegner. Bäh, 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 bäh. Hinter mir keiner. Wartet keiner. Nee, okay. Okay, 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 okay. Hier drinnen vielleicht noch ein Sniper oder so. Oder so. Nee, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah! Open-Field, Bruder! Tut mir aber leid für dich. Ja moin, das war's dann mal wieder. Come play. Sorry, Bruder. Tut mir leid. Musste sein. Medikit auf Nass. Bruder, verbannt. So. Jetzt können wir hier noch mitnehmen. Okay, eine Pumpe. Pumpe schadet doch nie. Ja moin. Alle mal durchladen hier. Paul Berger, moin. Freut mich, dass du am Start bist. Wow. Wow. Boah, der muss los. Zonen kommt. Muss los. Das war's jetzt mal wieder. Komplett, Freunde. Ich hätte Medikit vorher einnehmen sollen. Also, beziehungsweise behalten sollen. Fuck. Ach, belastend. Kein Blue Life. Ich musste alles dort lassen und auf Nasenbluten losziehen, leider. Scheiße. Belastend. Boah, ich hab die Türe aufgemacht. Ich huw an so. Wo endet die Zone? Hier haben wir eine absolute AIDS-Zone. Io West. Die Zone ist ja mal abartig, Scheiße. Muss los. Und da vorne baut jemand eine Base. Und einer pusht gleich auf. Okay, okay. Direkt vor mir, Bruder. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, Munition. Munition. An Munition fällt es mir auf jeden Fall nicht. Aber nach Pol엔. Also, wenn man vor mir, Va понял, Jean. Aber ist 알barer mir auf jeden Fall nicht da? Aber da ohne 감zontas. Weil wir machen warte, weiß es nicht. Aber vielleicht war nicht das vom compensation calculation denn? Vertraue vierte Borderline, 另 Prize in Bruck, Das könnte ein win werden. Das könnte ein win. das warst du mal wieder komplett wie viel leben hat er noch das möchte ich gerne wissen zehn prozent schätze ich jetzt ok 98 jahr 9 ich habe mir die absoluten drop die was drauf das labere ich da jetzt schon wieder ich habe in die absolute absoluten schutz des hoses gedrückt ich kann schon wieder nicht richtig reden belasten freunde belasten das hätte ich echt besser machen können aber naja habe ich halt leider gejoggt belastend man kann ja nicht jede runde gewinnen sind weit gekommen aber naja was willst du machen da kannst du nichts machen meine freunde das war es dann mal wieder komplett genau und ja ich lade jetzt mal kurz den spitze ein und zwei von euch haben auf jeden fall platz mit zu spielen denke ich jetzt mal sonst die nächsten runden auf jeden fall ich lade ihn kurz ein wo ist er wo ist er wo ist er hier ist er so der sind auch gerade lade ich ihn ganz kurz ein hier und warte ganz kurz bis er hier ist ja so bestellen und kannst von mir aus gerne mit spielen ich lade dich aber erst nachher in die chat party ein sobald das spiel begeht so jetzt warten wir noch kurz auf spät sie meine freunde der sollte eigentlich gleich kommen direkt mal was trinken hier du da was geht so auf jeden fall für die die gerade neu abonniert haben vielen vielen dank freunde ihr seid die besten freut mich auf jeden fall so zwei sind beigetreten freut mich es muss aber jetzt noch platz haben für spät ist das heißt ihr zwei könnt jetzt gerne mitspielen danach wird abgewechselt so nach dieser runde wir machen das so freunde nach zwei runden wird abgewechselt also wenn eine runde lang geht sage ich jetzt mal dann wird sowieso noch eine runde werden die abonnenten gewechselt und wenn die runden kurz gehen also wenn man schnell steht oder so dann gibt es zwei runden und dann wird dann erst gewechselt ich hoffe ich also ich hoffe ihr habt mich verstanden ihr hört wahrscheinlich meinen schweizer akzent körper aber ich hoffe ihr versteht mich trotzdem so wie gesagt fast jede runde wird gewechselt ihr könnt alle mitspielen einfach als nächster erden und ihr seid auf jeden fall dabei Hosenzweig wenn du mal eine rette die welt kommt hast kann ich den haben bitte ja sieht momentan schlechter aus mit den codes ich schulde noch jemanden einen code der gewonnen hatte letztes mal und irgendwie ist der sponsor bzw ja die quelle von der ich die codes habe abgesprungen aber naja muss wohl jetzt auf meinen nacken gehen schauen wir mal wie gesagt an alle die gerade hier in meiner lobby sind also an alle an die zwei super schnuffelino und sie aktiv du passiv bester name west übrigens ja ich lade euch nachher in die party ein dass wir reden können weil sonst bringt es ja nicht sonst stimmen die call outs nicht wann ist das sollte eigentlich auch noch kommen schade dass die jetzt noch nicht hier ist schreibt ihr mal ganz kurz nochmals an vielleicht spielt ja doch noch mit heute so ich schreibe hier mal ganz kurz so ich habe jetzt geschrieben kommst du heute noch würde mich freuen auf jeden fall absoluter standard dance so ich habe jetzt man esse kurz geschrieben und spätsnass kurz geschrieben die sollten jetzt eigentlich beitreten schau mal kurz in spät sich stream vorbei schreibe ihn dann gleich so ja der sollte eigentlich jetzt gleich kommen ich habe ihn auf jeden fall in die party eingeladen aber freunde ich kann euch zwei jetzt kurz einladen denn der spät sie konnten einfach noch so so ich lade euch kurz in die party ein übrigens habe ich meinen hintergrund gewechselt in nuketown dass es jugendfrei ist weil sonst ja das war eigentlich gar kein joke ich muss meine videos wirklich auf 18 stellen sobald da was sexistisches erscheint ja belastend wenn wollte ich einladen sei aktiv die opacition und super schnuffelino stimmt das so weiß gerade nicht ich glaube schon ja das stimmt so jetzt machen wir gleich mal team modus an und der spitze der sollte dann auch gleich kommen und Vanessa weiß ich jetzt nicht auch gleich kommen moin 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 und schon eingespielt naja die ganzezeit sniper modus gespielt man könnte und wins gemacht ja ein ok ja ich habe noch absolut keinen win gemacht im sniper modus ich finde den irgendwie auch nicht so nice so viel zwischendurch ok aber keine ahnung ich bin auch nicht so der plump snipen aber erstmal Bock drauf gehabt hab ich probiert ich bin mit 12 kills rausgegangen oder so ah nice ging eigentlich klar die runde ähm gehen wir tilted oder shifted ne egal dann geben wir mal ne runde tilted wenn ihr einverstanden seid naja genau ich bin auch für alles oh ich habe team auffüllung gemacht egal naja aber auf jeden Fall im Tulzernamt vielleicht draufsteher was ja ja so so tiltet Was ist dir runtergefallen? Mein Handy, Digga. Ja moin. Absolut broke jetzt, sagst du? Jaja, Digga, der Screen. Absolut broke. Können wir mal Links schicken zu der Spider-App-Cover? Ja. Ja moin. Ich lande wieder absolut beschissen. Du bist absolut destroyed, Alter. Was ist los? Ich muss auch los, Nase am Bluten. Ja moin, alle bei mir. Das war's dann mal wieder mit Loot. Im Game lag, absolut. Guck mal, was ist los? Ja. Ich kann auch mit Digga spielen, Alter. Ich hab aber absolut keine Waffe. Ich muss los, hinter mir sind die Gegner. Das war's dann mal wieder komplett. Guck mal mehr, Digga. Wo kommt die Waffe? Ja moin, eine Pistole. Kann ich sehr viel damit anfangen. Ja. Wo sind die? Ach, unten. Ach so. Fack. Okay, hab einen. Ja. Absoluter lag des Todes. Ja moin. Boah, bei mir sind so viele. Das war's dann mal wieder. Ja. Das ganze Team hat mich, äh, disrespected. Ja moin. Egal, das war ein K-Mit-Konomi. Ja. Stripes YouTube, ja. Constu. Ähm, Rosenzweig, wenn ich wieder einen Code habe, können wir darüber reden, aber ich glaube mal eher weniger. Um was für Codes geht's denn? Ja, Gründerpaket Codes. Was? Xustasa1950. Servus. Moin. Nice, dass du zur späteren, zur späteren Stunde auf jeden Fall noch aktiv am Start bist. Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Abo, Bruder. Stripes YouTube. Nächste Runde. Mach ich's auf jeden Fall. VFX, okay. Gute Nacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. So. Tilted. Tilted. Hoffentlich lande ich mal ausnahmsweise gut, Kappa. Ich auch, der geht mal wieder rückwärts mit landen. Voll guten Loot, besser gesagt. Ich hab schon wieder Team Auffüllen gemacht, man kennt ihn. Ah. Ähm. Moin. Absolut 0 zu 4 und Medipack. Ich bin mal wieder... Mein Game lag so heftig, warum ist das ja nicht mehr normal. Ich bin mal wieder absolut lost. Ah, ich hab blauer Snap von Blauer, ja. Ich komm. Ja, das warst du mal wieder komplett. Also warum das nicht getroffen hat, er slackt wieder absolut. Jetzt hab ich's gleich gesehen. Ich bin jetzt gerade fast abgekackt, Alter. Ach. Belastend. X Ustazan. Ja, alles fit, bei dir auch. Ist halt schon relativ spät. Aber nur noch eine halbe Stunde, Freunde. Und dann kommen die neuen Skins. Einfach. Hä? Da. Ein Dreißiger. Nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bonus Broke. Weg, Alter. Äh. Stört. Nein. Ach du Scheiße. Stört. Nein. Käppi. Ich hab's mal wieder falsch Ruff-Out kurz in. Ach du Scheiße. Geht nie ab, Alter. Tiltet, Bruder. Tiltet. 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 Boah. Gegner kommt. Wie viele Schritte, Mann. Ha, shit. Ich krieg auch gleich einen Epileptischen, Alter. Absolut. Absolut. Oh, ich verstehe. Komm, ich verstehe. Verschrauben. Die Gegner checken auch überhaupt nichts, dass ihr da oben seid. Bis jetzt. Bis jetzt. Seid echt so. Ah, die sind auf dem Dach. Ah, die sind auf dem Dach. Äh, moin. Eingeschissen. Boah. Ah, fuck. Direkt gesandwiched worden. Absolut hart. Er beide haben alles voll. Was los. Ist grad echt schön mit meinem Gameleck. Sollen wir Quinten gehen? Team wechseln? Ne, komm. Wir machen nochmal. Es hat ja noch einen Platz frei. Ist ja nicht so. Ach so. Ach so. Ah, ja. Rechtschreibung ist auf jeden Fall da. Also, passt schon. Rechtschreibung? Ja, er hat grad unten links hingeschrieben. ON auf. Auflung. Also, ohne Auflung. Ach so. Absolut ägyptisches. Irgendwas hat er leider. Irgendwas hinzupackt. Megal. Tschau leider hat was. Schifte. Schifte. Schiftee. Turnt. Gegenteil. Ach so. N過. Uff, wieder mal anderes beschiessen aneinander, mal ein Camping. Ja jetzt hat keiner mitgekommen Digga, was ist hier los? Oh doch doch, hier sind wir. Ah doch 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 doch, ja ja. Genug, wo ist hier? Ach du heilige Scheiße. Zuviel zu, niemand kommt mit. Alles klar, der Tactical Digga. Pass auf Digga. Kommt. Boah, ich muss los, tut mir leid. Scheiße auf mich, alles gut, alles gut. Ah, C4 Digga. Ach du, du Arsch, ich bin so erschreckt. Warte, ich kann mal schnell hoch. Ja, da vorne kommt einer, da vorne kommt einer. Ich glaube, er fiel mich. Hier hoch, dann kannst du mich oben healen, wenn du möchtest. Ja, komm. Zur Sicherheit kann ich immer noch das C4 zünden. Hm. Okay, warte, ich push die von hinten. Dann würde ich das ja vorne ein bisschen krass machen. Ah, fuck Digga, falsch bin dann gesprungen. Muss los, Bruder. Äh, Digi. Ja, Moin. Ja, Moin. Du Scheiße Digga, sorry. Alter, wie die... Bist du dritt mit Pumpgunnen, Alter? Ja, Moin. Ja. Das war's dann mal wieder komplett. Digga, der eine hat mich getrillard, Alter. Bin ich hin und dann kamen zwei anderen mit einer Pumpgun. Muss los. Achso, wenn du möchtest, können wir jetzt Dingens machen. Ohne Auffüllen. Achso, ja. Ähm. Kann man bei mir spielen. Kannst du auch Spieler so abrufen? Nein, ist okay. Bin mal gespannt, was in 20 Minuten in den Job kommt. Ja, auf jeden. Ich will mir dann für den Account auch mal einen Battle Pass. Aber erstens zu sieben, denke ich mal. Okay. Lohnt sich mehr, glaube ich. Und Juggling. Ja, wahrscheinlich schon. Weil die Saison ist jetzt auch bald zu Ende. Weil ich absolut keinen Bock habe, mir Stufen zu kaufen, weißt du? Mhm. Du brauchst lieber einen Battle Pass und dann spielen wir den Schritt. Ja, schon. Mach ich auch so. Ich meine, es ist jedem das Seiner, aber... Das ist meine Meinung. Okay. Ohne Name. Moin. Du kommst von Spezi. freut mich auf jeden fall dann sag ihm mal dass er in die party kommen soll kappe einladung ist auf jeden fall schon raus habe ich jetzt wieder mit auffüllen gemacht ich habe es doch deaktiviert da stand doch auf dem auffüllung aus der tür aber ja moin spiel juckt es anscheinend wieder nicht schon ok äh epic games games sind dann wohl doch eher weniger epic ich habe mich eben aus spaß im loot shop gestellt bin absolut unter die map gebacken weißt du statt die das so machen was man nicht mehr reinkann aber dann stirbt so weißt du statt dich immer zu bangen ja moin ja moin goldene scar goldene scar direkt alles klar finde ich ja ich werde es vielleicht gefinisht ja ich bin gefinisht ja goldene scar aber keine shotgun man kennt ihn komm mach dir noch ja moin digga was ist gerade auf kannst du voll goldene scar doch immer geläufig aber leider nur eine weiße tactical boah ich hab den eierwerfer hier boah gest gestern wirklich schlimm mit dem die kugeln ja ich irgendwie verwirrt mich das wenn das eier sind nur rumme mhm guck mal wie riesig die sind es wird überall abgebreitet ja ich muss schreiben ja ich Oh, das ist ein Megatron. Ja, Moin. Okay. Ich dachte, das ist schon ein Job, das jetzt. Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, komm mit dir! Ja, Moin! Garso! Ja, Moin! Das war nur so eine, Alter! Haha, ich hab's um das Winnowd. Ja, Moin! Ja, wahrscheinlich. Jetzt gönnt er sich die Scar. Schade. Ja, schade. Ja, schade. Ja, schade. Ja, schade. Ja, da bist du dabei, Bruder. Vielen Dank für euer Abo, ihr zwei. Freut mich auf jeden Fall. Ja. So, direkt mal eine Stufe weiter. Ja. Okay. Ja. Es steht absolut bei mir auf an. What the fuck. Auf an? Bei mir steht auf aus. Was? Keine Ahnung, dann liegt's irgendwie an meinem Game-Bug. Warte mal ein bisschen. Ja, Moin. Was ist los? Ah, jetzt steht nicht auf 5. Moin. Das ist der Game. Hast du das gesehen mit der Impuls-Granate? Äh, seit einem neuen Update? Was passiert, wenn du... Äh, die Boogie-Granate meine ich? Nein. Wenn du sie auf jemanden wirfst, dann springt er irgendwie 3 Meter in die Luft. Also derjenige, auf dem du die Boogie schießt, der kann dann wie rumjumpen für eine gewisse Zeit. Während er tanzt. Alles klar. Sie hatte die Situation vorher direkt auch im Livestream, also ziemlich am Anfang. Und da hat sie jemanden auf mich geworfen, wollte mir einen Headshot geben und ich bin rumgesprungen wie Spani auf Koks. Was ist das? Ja. Ja. Das habe ich aber glaube ich auch gestern oder... Oder gestern? Nee, gestern habe ich es gelesen. Ne, Neustream. Okay. Boah, noch 15 Minuten, dann kommen die neuen Skins. Hoffentlich. So, die Springs für den Win. Ich habe absolut noch keine V-Bucks auf dem Account. Was ist das? Wahrscheinlich komme ich damit zum Apex-Slander und ich kann ihn mir nicht holen. Ist ja richtig bitter. Ich habe keine Piste. Ich kann ihn los. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt so gesandwiched. Fuck. 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 Ich bin down. Oh fuck. Dann kriege ich einen Medikit, Alter. Ich werde wieder ins Zeige fangen. Ja, ich habe auch nur Scheiße, Mann. Ja moin. Absolut nie wieder sollten. Ne, absolut nicht. Aufsache in dem Haus, wo ich war, wo fast jeder immer hingeht. Absolut nur zwei Mediflex. Ey, Bruder. Eine Brüste. Mach nicht diesen. Ey. So. Ihr seid schon alle, beide tot. Ja moin. Ich habe keine Waffe. Ich habe absolut nur zwei Mediflex, Digga. Der andere hat nur eine Pistole gehabt. Äh. Bearbeiten. Vorne, äh, vorne ist noch ein ganzes Kind, Digga. Alles klar. Ich habe nur zwei Mediflex. Ich habe nur zwei Mediflex. Ich komme jetzt darin. Dann sind wir vorne zu. Okay. будет raus, yat. B Tja moin, wie du beide triggerst, Alter. Au, 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 unter dir. Ja, moin. Absolut no chance. Ich immer noch gerne verfahrt kannst, Alter. Ja. Aber die dachten beide, ich wär dort vorne. Ja, moin. Echt schon, wie du sich baitet hast? Ja. Kommt Spätschen noch, oder? Puh, ich weiß nicht, also ich hab ihn auf jeden Fall eingeladen. Ja. Schauen wir mal, ich denk mal eher schon. Fehlt nur noch der Russen-Skin bei seinem Spätschen. Russisches Militär. Also ein Skin würde ich auch feiern, irgendwie. Und deswegen, Job ist schon scheiße, dass er um 2 Uhr kommt. wegen der Zeitverschiebung. Ja. Tilted. Oder shifty. Was meinst du? Ist jetzt die blaue Tactical eigentlich noch im Game, oder haben die jetzt, statt die blauen Tactical, die blaue Pantone? Ähm, das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung. Also ich hab auch, äh, gar nicht drauf geachtet. Wieso, haben die was geschrieben, dass sie rauskommt? Oder? Ja. Ja, meine Mom war absolut, das war die. Ach so. Hm. Ja. Ja, ich land mal wieder. Absolut weg. Das war's mal wieder. Wir werden den Komitee nicht vergessen. Ich bin absolut so ein überpuppertierender 17-Jähriger, Digga. Ja, meine Mom, ich bin überpuppertierender 17-Jähriger. Ja. 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 Genau. orton. Ja. Ja. Ja's. Ja. Ja. Ist jaío. Es war her! Uh, es war tief. Moin, Spezi. Und, spielst du mit? Ja, könnte ich machen. Bloß wir doch jetzt noch im Chat, äh... Bist gerade auch am streamen, oder? Ja, hab ich da mal. Ach, so geht's. So. Ah, muss los, bitte. Begült. Ja, moin. Muss los. Boah, Digga. Komm, mach nicht teasen. Ja, moin. Das war's dann mal wieder. Komplett. Warte, ich beeile mich, wenn ich mit dir zocken kann. Ja. Sollen wir quitten, oder? Ähm, ja. Ja, besser. Haben wir unter. Absolut, Babalu. Egal, scheiß. Ähm, Spezi, du könntest Geraldo joinen. Ja, könntest du die eine schnell einladen, damit die wissen, dass... Ja. Das war nicht möglich. Wie lange die auch... Äh... Wohl, dann... Dann spiel ich noch die Runde, dann kannst du ja mit anderen spielen. Okay. Ja. Okay, ich hab alle eingeladen. Ja, bei mir. Äh, läuft rückwärts. Guck mal, hab ich's gesagt, kommt ein ganzes Team auf mich zu. Ja. Ist wohl. So. Hallo. Moin. So. Ah, du bist schon drin. Perfekt. So. Wir wechseln halt jetzt ein bisschen so durch, oder so. Mach dir halt mal ein Duo. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Manuel ist. Auch die ganze Zeit so. Ja, wir wechseln halt einfach. Nee, so. Nee, der eine Kollege hier, da... War gestern ein bisschen zu doll, oder so. Hm. Ach du. Nein. Ach du. Ach du. Jungs, die Stürme ist dabei. Ach Gott, warte. Schreien, wenn mit so einem so aussieht. Ja, Schreien will. Ey, Jungs, können die noch einen einladen. Aber er stummt euch ja eh. Da muss man halt vorschlagen. Jep, einfach vorschlagen. Ja, ich hab' in der Fall. Ja, nach der Runde lade ich sie dann ein, okay? Max Jensen Neo, den hab' ich jetzt... Das hab' ich seit ein bisschen verpasst, seitdem. Aber ich war mal kurz drin, also wenn du den Stream kann ein bisschen voll spult, musstest du auf dem Shop sehen. Ach ja, der Shop... Ja, der kommt sowieso erst in fünf Minuten. Ja, in fünf Minuten kommt der. Jupp. Jupp. Hat der Max Jensen bei dir geschrieben? Hm? Ja, bei mir auch. Ja. 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 Ich bin mal hier auf dem großen Berg. Hier sind drei Kisten. Jupp. Ich komm mal so traf an da. Können die? Ja, erstmal noch Skar, Digga. Ganz oben. Ja, Moin. Ah ja. Dann wieder hoch. Geh' absolut immer wieder auf den Berg jetzt, Kappa. Ja. Ich schwör, Digga. Mittlerweile findet man so selten ist da. Ich zumindest. Ja, bei mir auch. Das war's. Kann jemandem noch eine blaue R mitbringen? Gerne, ja. Weil mit Loot sieht's beschissen aus momentan. Ja, also einem kann ich eine blaue R geben. Ich hab' auch ein Pilskirchen. Ich hab' auch ein Pilskirchen. Warte mal, ist das ein Pilskirchen? Ja, Moin. Absolut Pilskirchen. Eigentlich Impuls kann hat uns das sogar ändern. Oh mein Gott, Mega. Äh, Snake auf ehren, Bruder. Hier? In blauer R. Ja, okay. Nein! Wo bist du? Ach so, es war dein Trepp, ne? Ist es dein Trepp? Hm? Ja. Es sind deine Trapps, Digga. Ja, ja. Da hab ich geschissen. Äh, ja. Danke. Warte, äh.. Schmuffellino, hier ist mein Baggy. Von Ost kommen welche? Na, nach mir geschossen. Ich komm zu dir. Von wo? Vom Osten? Vom Osten. Hinter dem Haus. Was läuft da? Hit! Nice. Oh, hier habe ich doch eine blaue Tactical. Hier ist noch eine kleine AR. Jetzt innen. Oh, was ist denn? Danke. 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 Oh, ich habe eine. Danke. Oben liegt noch ein Medikit wenn jemand braucht. Ja, ich würde ganz gern eins haben. Dann komm mal her. Ja, oh! Wo? Bei mir. Hallo. Gegner, Gegner, bei mir Die sind One-Shot, die sind One-Shot Ja Zwei niedergestreckt Ich krieg hier auch noch herum Komm zu mir, komm zu mir, hier kann man zwei finishen Bei mir sind die Gegner, bei mir Bei mir ist einer, wenn er mich finisht, Digga, ich hab zwei gedunker Äh, hier ist einer Super, super, super Ja Das war's dann mal wieder, belebe mich, belebe mich Ja, der pusht dich wahrscheinlich gleich Ja, hier oben, bei mir Ja, der kommt von oben Nein, nein, nein Ja Ja, blöd So, jetzt, Freunde, der Shop Okay, kommt jetzt, ja So, Shop, 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 Shop Was gut ist drin, hoffen wir Ach du Scheiße Wohl eher weniger The Fuck Volksmusikfest Oh, rosa Flamingo, Digga, wir waren ja schon drin Ich find's so scheiße Das einzige neue ist das Volksmusikfest Volksmusik, Alter, könnt ihr mal The Fuck Ach du Scheiße Ja Moin Das war's mal wieder komplett mit dem Shop Ja Moin Das war's mal wieder komplett mit dem Shop Der Standard-Tanz, Digga Ja Ja Gute Nacht Ich hab' nicht zu lang Das ist doch ein Tag morgen Ich hab' nicht zu lang Ähm, der Shop Beschnuffer Linauer drückt Na, jetzt, okay Ich glaub' ich war nur ein, zwei Runden eingespitten, Alter Ja Ich hab' nicht zu langen Ich hab' nicht zu langen Ich hab' nicht zu langen Ah, das muss noch ein paar Mal ... Was ist das? Wo geht ihr? Welches Gebäude? Ich gucke, ob ich main. Nein, wenn ich aussehen kann. Ich gehe oder... Boah, lecker. Ich bin hier bei dir. Ich gehe fast zu Hause da oben. Ja, moin, bei mir. Hinter dir? Ah, okay. Das ist spitze. Lasst mir mal eine Pump da, wenn ihr eine habt, vorig. Hat jemand eine vorige Pump? Nein, ich bin absolut auch kurz vor Herzinfarkt, Digga. Ich habe fast einen mit einer Pistole 6, Digga. Und noch eine grüne Pistole. Oh, eine blaue Pump, Digga. Hat jemand eine übrige Pump? Ja, moin, das ist eine Frage da. Das war es mal wieder komplett. Ja, das war es mal wieder komplett. Bei mir auch. Ich habe absolut Sturzschaden kassiert. Falle. Ja, er finischt mich. Was fehlen wir und so. Jawoll. Wo war der? Warte oben. Digga, was? Alter, ich gehe absolut verkaufen, wie viel Leben hat er. Er hat absolut fünf für dich leben. Ja, moin. Hugo. Er ist absolut der Hugo Boss. Das passiert alles. Grüße gehen raus, sagst du? Aus der Folge von dem ist in der Falle gelaufen. Oh, das war cool. Schönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Nur mal so als Übersicht. Wer hat gesagt, wer geht und wer bleibt? Ich bin nur einer und damit dann gehe ich. Okay. Ist gut, dann können wir nachher gleich tauschen. Oder so. Der war eigentlich nicht mit drin, der Smokey. Der war gestern zu lange wach. Wer will von dir noch jemanden mitspielen? Schauen wir jetzt hier. Aber gut, die waren ja eh. Wir waren ja vorhin hier. Der eine ist jetzt, glaube ich, auch. Der andere sind zu zweit. Ja. Eher einer zu viel. Ich lade sonst auch mal noch ein paar ein. Und dann. Okay. Warte. So. Okay. Was ist denn das? Ist der von dir? Ja. Spät sie. Ich meine jetzt so oft den ersten. Nein. Okay. In der Zeit sind ja echt viele Leute dazugekommen. Mhm. Alles klar, warum Englisch? Was ist los? Englisch? Was? Er hat geschrieben, invite me to the party. Ich denke nur so. Hermann. Du sagst so Englisch. Oder amerikanisch. Herkunft. Hi. Moin. Wir sind gerade noch in ner Runde. Aber den nächsten kannst du sicher mitmachen. Wo wollen wir landen? Pleasant. Vor allem. Die richtig gut ist. Diese Stimme. Der ist bei uns. Was ist bei uns? Was ist bei uns? Es steht der Beste. Was ist bei uns? Was ist bei uns? Willst du ihm mal wieder misery? Ach man, ich hasse das, man. Dann ist man im scheiß Haus und dann landen sie auf dem gleichen Haus. Jetzt sind die zu zweit hinter mir her. Nein, wie die immer schlucken, Alter. Ja, der Loot ist so scheiße im Pleasant Park. Jetzt ohne Scheiß. Ich schwöre. Absolut. Naja, komm, was für ein Hurensohn. Ich will ihn eigentlich verfolgen, oh mein Gott. Dann kann ich ihn nicht einholen. Ich will morgen das Ripper vor, der ist absolut gut. Und wenn es aufgehört, dann zu denken. Ja, komm, scheiß auf den Sniper-Pro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dankjah. Hallo. Benim haus! Hallo. You'reioni. Hallo. Was? 5 Sekunden. Ah komm, eine Runde noch, wenn ich bin. Ja. Ja, heute absolute Scheiss-Skins. Aber der Halo-Skin ist das eh noch für eine Zeit im Shop, oder? Ähm, ich glaub der wird in Kürze rausgenommen. Ich hab irgendwas gelesen am 25. April oder so, aber... Okay. Wo wollen wir landen? Wo wollen wir landen? Ja. Oder wollt ihr woanders? Ah, okay. Moin, Yunus. Du schickst Einladung, wo ich grad auf bin. Ja, Moin. Ja, dann komm wieder online, Yunus. Okay, und wenn ihr jetzt hier dann noch bammt, so das, dann krieg ich ein Epilektion. Oh, ein absoluter Lack des Grauens. Ey. Fuck. Oh, blaue Pump. Sniper. Kiste. Oben, Schildi. Oh, dankeschön. Sorry. Okay. Alles gut. Bei 210 ungefähr oben auf dem Dach. Ja, danke. Ja. Alles klar, Digga. Ich hab mich absolut gemeldet, Digga. Ich bin dann weg, ne? Okay. Euch noch viel Spaß. Danke dir. Danke. Ja. Ciao, Amo. Sind ja noch welche drin? Bei mir alles blau. Ah, hier. Wo ist es? Wo? No? Hey, hier. Hey, oh, Mama. Du musst da abdrehen. Mach mich nicht besser. Das ist doch klar. Ja, ich hab mich nicht gesagt. Aber gut. Ich bin ihm nicht zufrieden. Witzig, ich hätte noch einen Bekrieg für dich. Wo war der? Zu wo? Muss hier am Baum sein, denke ich. Ja, da kommt er schon. Da kommt er schon, da kommt er. Aaaaah. Ja, Moin. Nice. Also, ich komme hier runter, also. Ja, ich komme hier runter. Alles, alles. Alles. Rommbelebe einfach scheiße auf dem Baum. Achso. Ja, Moin. Hast du noch was zum Heilen oder so? Ja, ich habe noch einen Big Sheet in der Zahn. Aber auch keine Schöne. Alles klar. Achso. Ja, Moin. Ähm, hier ist noch eine blaue Pump festgebracht. Brauchst du nicht? Ist... Ähm, nein. Okay. Hier habe ich Big Sheet für dich. Danke. Hast du noch etwas Holz oder so? Ähm, nein, nur Vital kann ich dir abstraben. Ja. Danke. Danke. Ich war absolut nach einer Kiste. Ich habe halt alles blau, ne? Ja. Ist schon geil. Brauchst du eine Munition oder? Ne, bis jetzt passt. Danke. Okay. Schließend. Gehen wir Richtung Shifty. Oder komm lass Richtung Retail Row. Die müssen jetzt wegen der Zone moving sowieso. Ja. Da ich im Zuschauer-Modus bin, bin ich mal los. Okay. Was? Boah. Na ja. In ím da ein paar Riesen. Da ist's. Na ja. Da ist's. Da ist's. Da ist's. Dämmel. Da ist's. Da ist's. Wer ist der Gegner bei mir? Ja moin, wahrscheinlich Das ist ein Teil der Kaban Belastend G-Expert, also Thomas, oder? Ja, ja, Thomas Freakzen, lass dir Grüße ausrichten Gut, ok Grüße gehen ebenfalls raus Ja, hört dich sowieso im Stream Ja 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 Spetsi, welches Level bist du jetzt? Spetsi, welches Level bist du jetzt? äh 3 äh battle pass? ne weißt nicht auswendig ah ok hab gar nicht so geguckt drauf die die so Ich lande mal wieder anders beschissen. Nach der Runde denke ich, dass wir erstmal Feierabend machen. Okay. Und dann spiele ich nochmal so mit. War cool. Was ist das? Was ist das? Hey was? Was ist das, was ich? Oh, hier kommt noch einer. Ist der eine Krise aus? Hat jemand noch eine Waffe? Ich habe nur eine scheisse MP. Oh, hier kommt noch einer. Hat niemand Waffe? Ich habe nur noch einen Desert Eagle, aber... Oben, oben, oben! Oben, oben, oben! Ja, die kommen jetzt zu mir. Weitrick! Alles klar! Boah! Alle dort! Boah! Das war es dann mal wieder komplett. Moin, Marcel! Grüßt ihr noch? Hat dich aus? Was du eingeschaltet hast? Boah, jetzt müssen wir noch mal eine Runde machen, das zählt schon wieder nicht. Man kennt ihn. Wo ist die Meier? Könnt mal runter, dann muss ich noch Drohnen drücken. Ja, je nachdem wir Flugbahn... Ja... Also wenn du mir einen kleinen Hinweis gibst, könnte ich mich vielleicht wahrscheinlich erinnern. Auf der Weile... Wenn ich schon einige Marcells... ...dann sich schon... ...direkt auf einen Hinweis... ...dann ich... ...dann ich nicht zuordne. Ja, sonst wenn die Tonne passt, könnte ich vielleicht hier Gefängnis sein. Oder ja, Lucky Landing und damit hast du genau noch. Hm, okay. Was hier eher Gefängnis, dann... ...dann geh ich dann da runter... ...und dann zurück. ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... ...denn... ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... so natürlich können wir das aber ich glaube da ist glaube ich der Skypechip gleich mal über Skypechip also ich werde bis in den Wald rein in den Kisten kommen und zurück ja ja wir müssen jetzt besser nicht wenn es was ernstes und vertrauliches ist weiß er nicht wie privater das ganze halten möchtest du darfst das natürlich auch in den Live-Chat herstellen ok da kommt auf jeden Fall einer schon bei mir bei mir war es das schon wieder mit dem Loot komm 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 ja ja jetzt gleich mal drei Kisten läuft es bei dir hast du das ich hätte gegeben ah Bruder muss los hast du noch eine zweite farbige Pomp oder so ja ich kann euch ein Sturmgewehr abgeben dann wirst du ja so Sturmgewehr habe ich schon danke Schildtränke habe ich auch dabei ahja Schildtränke würde ich du schickst mich drauf ich würde mal einfach sagen die hat jeder mal schildtränke dann fahrst du dir ich habe noch einen Schlürfstach zu dir geblieben ich glaube ich darf ja ja den kann ich mitnehmen den Schlürfstach ja du kannst ihn hinnehmen ja ok dann du willst dann ja immer auf den Schlürfstach kommen oder 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 F Worthy schon in allen türmen ich war nicht in allen www ich auch nicht glaube ich war Da kann man anfingen aber egal credible Ich kann nicht wie du die gesehen über keinen Chest war oder meine Tochter alles geht hier war hier ist keine Mission geht einmal um den hier wenn ich hier entt generate ich gehe sonst schon mal weiter hier vorne ist noch eine kiste bei mir kommt er nachher mit munition ok hier sind auf jeden fall auf westen von mir sind zwei leute auf westen aber keine kommt ihr zu mir geht zu der brücke sind sie dort bei der brücke oder weiter weg die gegner ja und die ich gesehen dass sie der fan verlieren bei mir also 255 richtung fällt eben das meinte ich jetzt kommt mal her und wartet kommt mal weiter her zeige ich jetzt das mal mit der brücke granate seit dem neuen update aber spät sie weiß es glaube ich noch nicht kommen her jetzt jetzt springen springen mit 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 ja moin absolut black ops 3 in fortnite clickbait titel ist da ja ich hab nur zwei weiße pomps ja also du tanzt ja in der luft mit der boogie nein ich meinte generell dann habt ihr etwas im sniper munition ne nachschauen könnte gut möglich sein dass ich etwas gesammelt habe hey was ist das für ein böck wenn er läuft jetzt einfach hast du vielleicht doch automatisch im laufen eingestellt oder ja moin mit raketenwerfer was für ein hurensohn so ein hurensohn mann bin ich steh mich mit raketenwerfer was für ein hurensohn ah f*** belastend seid ihr kurz einverstanden 2-3 minuten pause ich geh mir kurz was essen und zu trinken holen ja ich wollte ja eh feuerabend machen und ess dann meine kleinigkeit und vielleicht komm ich ja nochmal das ist gut ok ja kannst ja mit der alten einladung dann kommen ja schreibst du mir einfach ja ja 2-3 minuten pause ok ja 2-3 minuten spätsel macht heute feuerabend morgen können wir uns ja im nächsten spiel sehen aber also thomas ich bin gleich wieder da wacker oder so ok gut so freunde es gibt eine kurze pause nach 2-3 stunden durchgehend zocken und ja ich lasse es kurz bisschen musik laufen sonst ist es ja relativ langweilig wisst bescheid wir streamen jetzt schon 2 stunden und 12 minuten freunde also wenn das mal nicht eine leistung ist und das durchgehend ohne pause freunde ihr wisst bescheid der ehrenmann ist da und ja noch keine einzige werbung geschalten fällt mir gerade ein deshalb wird jetzt eine geschalten und ja dann gibt es eine kleine pause 2-3 minuten freunde und dann bin ich auch wieder back am stüssel dann ja musik ist gerade bisschen passiv leider ich muss das jetzt kurz einstellen hier spotify wisst bescheid so freunde komm 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 bruder spotify ehrenmann es ist geladen so muss das sein freunde ja komm 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 ja es braucht so lange während ich streame und noch was anderes lade das ist schon belastend so ok also 2-3 minuten freunde und dann bin ich auf jeden Fall wieder am stüssel bleibt auf jeden Fall am Start bis dann 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 MAKING ME STRONGER MAKING ME STRONGER Stay a bit longer MAKING ME STRONGER 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung disziplinale Alles klar, ich hab dir die ganze Zeit das Schwimmen nebenbei laufen lassen, einmal flautlos, und jetzt ist mein Ende schon noch geschafft, Digga, es ist zu heiß. Ja moin. Absolut explodiert. Um explodieren. Wirst du dir den Ravenskin holen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und du? Das ist richtig, ich weiß, dass sie einmal schwebt auch. So. Tilted all day. Ja, ich auch. Hast du da die Theorie gesehen, dass Fortnite bald zerstört wird durch einen Kometen? Ja, sieht aus, ja. Aber jetzt hab ich zuerst einmal den anderen YouTubers gesehen und dann erst einmal schwebt, ja, so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf uns zukommt. Ja, aber ich glaub, das wird sie nicht machen, das wird sie ehrlich sein. Mhm, ich glaub aber eher weniger. Ja. Ja, ich bin ein bisschen weiter weg. Ja. Ich bin nicht auf jeden Fall. Mach' ich mal Richtung dir auf, ok? Ja. Wie? Ich geh' jetzt mal Richtung dir als тjan. Ja. Hi. Warte, ich komme schon. Ich hab mir übelsten Damage gedrückt. Ich hab deinen Jump Pad. Weißt du, ich hab Bandages für dich, wenn du brauchst. Ja, ich hab auch. Ich hab sogar noch einen Schilder auf Tasche. Ok. Aber hast du vielleicht noch einen kleinen Schilder? Also nichts. Ok. Ich nehm mir noch hier die Fisk-Garten jetzt. Wie gesagt, ich hab deinen Jump Pad. Ok. Vorhin liegt noch ein Sturm. Brauchst du noch einen Pump? Oh, ähm. Ja, kann ich nicht. Aber in letzter Zeit haben wir fast immer Sein Sturm gewascht hat. Und mein Sturm gewöhnt. Ja komm, lass mal. Ich versuche jetzt mal was. Wahrscheinlich sterbe ich gleich, aber... Ok. Soll ich mitkommen oder? Ja, versuch. weiß der Matte. Alles klar, Fleet. Fist dich absolut. Ist eben wer du die Fall Damage? Boah. Ich hab übrigens Fall Damage goten. Du wärst schon von hinten geholt Ja moin, das war's komplett Hinter dir! Ja moin Belassen Und fast ins Ausland geht's wieder Egal jetzt Warte, ich hätte so noch eine Devolimian könnten Wenn der Biddlepass gut kommt Ja Ah Zum Glück morgen frei Beziehungsweise heute Wo wolltest du landen? Hast du was gesagt? Hier Ah ok Ah ja, dort Kenn ich Bist du das hin gehen oder? Ja 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 Aber das würde man auch sehr viel Chests nehmen Und auch einfach so viel Loot, der spawnt Hm und auch einfach so viel Loot, der spawnt Ja 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 Ja, ansonsten mich hier in der rechten Wald, die in den Last wechseln, sind es auch noch einige Chests. Solo geh ich eben oft hier hin. Kommt jemand mit? Siehst du jemanden? Ne, sieht nichts aus. Entschuldigung. Ja, moin, komm. Das war's mal wieder komplett. Hab wieder absolut keine Waffe. Nur Scheiße. Ah, jetzt glaubst du wahrscheinlich ist zu dem wahrscheinlich nicht. Nein. Nein, nein, Jesus. Getorn ist schon. Scheiße. Ich schon. Gein Medikit. Aber nirgends ne Waffe man kennt ihn. Auf jeden Fall Preview Loot ist da. Hartz 4 Loot ist da. Ich hätte ne Waffe mit dich, falls du brauchst. Ja, gerne. Ich geh aber trotzdem nochmal. Ja, ich hab ne Waffe, okay. Was hast du für eine? Was hast du noch brauchst? Ich hätte ein Sturmgewehr und einen Taktik für dich. Was für ein Sturmgewehr? Salf oder? Ne, normal ist grüner Sturmgewehr. Ah ja, dann nehmen wir's gerne. Ich komm gleich. Danke. Oh. Ja, Moin. Brauchst du Munition auch, oder? Ja, gerne. Danke. Ja, Moin. Es hat nicht gereicht. Direkt Sturzschaden versichert. Ja, und wie soll ich bitte da hochkommen? Hallo, Spiel. Du gehst doch gescheitert. Achso, ein Sniper. Okay. Nehm ich gerne mit. Nehm ich gerne mit. Ah, jetzt hat der Wunder gesetzt dann ziemlich scheiße, aber... Ja. Ja. Hast du die Chester im Lastrand schon gelootet? Ja. Alles klar. Ja. Gehen wir Richtung Tomato Town? Oder Retail Row? Ja, wir können hier noch den IP noch spielen. Weil ich weiß, dass dort sind doch... Guck mal, guck mal. Ein paar Chests, oder... Ja. Der Zone ist eh relativ nice. Mhm. Ja. Ähm... Hast du da gelaufen, oder? Wie? Ich glaub, ich hab mich halt hinten laufen sehen, aber vielleicht hab ich mich... nicht nur getäuscht, aber... darf mich zumindest so aus. Ja, ja. Hier wurde geschossen. Vor uns. Ja, hier sind die Chester. Hier unten wurde doch geschossen... Ja, hier weg gebaut. 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 Ja, ich hab auch Medikit. Ja, perfekt. Zwei Chitlis. Für dich, was du brauchst. Ja, gerne. Hast du gebaut? Ja, ich hab gebaut jetzt. Okay. Okay. Ja. Ich glaub, die Chitlis... Ich glaub, die Chitlis... Ja. Ähm, sie sind immer drunter. Ja. Die drücken mich durch eine Pumpgun. Und brauchst du ein paar Materialien, oder? Wie? Brauchst du ein paar Materialien? Ah, nee. Nee, nee. Ich hab... Okay, weil... Ich hab sonst... einige bekommen. Jetzt noch eine Pumpgun, falls du brauchst. Ja, auf dem Dach. Ja, ich hab gesehen. Ja, da kann ich euch wegnehmen. Ich musste das echt... Im Augenblick. Wie viel Leih am Urschung ist? 172. Okay, ich hab 135. Okay. Ich hab keine Chitlis klo. Ich hab keine Chitlis klo. Ich hab keine Chitlis klo. Ja. Wo sie anscheinend schon gelootet. Loot Drop, direkt vor uns. Echt auch? Ja. Da sind sich ja... Oh, ich... Hoffentlich. Alles klar, sorry. Ja. Schon okay. Lass mal High Ground. Ja. Der ist schon weg. Ah nee, der ist ja hier. Okay. So. Big Shieldy. Kannst du gleich gar nicht wissen. Ja. Ja. Ich hab noch einen Sniper für dich. Hier hinten hat's noch einen Big Shieldy. Oh, nice. Ja, die Sniper kannst du behalten. Ich hab eine goldene jetzt. Okay. Nice. Ja. Haben die hier schon gelootet? Die Kisten hier oben? Dann brauchst du jetzt einfach Munition oder hast du genug? Nein, ich hab genug, danke. Nein, ich hab schon zu 41. Ich hab 40. Ja. Doch ein bisschen 40. Nehm ich mit. Und hier ist noch eine taktische Maschinenpistole. Die könnte ich eigentlich statt... Ja, könnte ich eigentlich mitnehmen statt. Ah. Stutt, Stutt. Maurice Fink. Ich hab gehört, dass der Rabenskin bei Twitch Prime geben soll. Ja, wär... Wär kein Problem. Ich hab Twitch Prime. Emiran. 19,23. Moin. Nice, dass ihr ja noch am Start seid. Zur späten Stunde. Ähm, was... Was hast du gesagt vorher? Sorry. Ähm... Dass hier eine... Taktische Maschinenpistole gelingen ist, aber... Achso. Ja, ich... Ich hab gute Waffen bis jetzt. Mal alle durchladen. Ja... Das Leben... Herr... Schaut es nicht so schlecht aus. Wir machen nochmal 18 Materiegel. Lass mal hier auf den Berg gehen. Ja. Haben wir bessere Übersicht sogar. Oh... Spänen wir jetzt langsam eh schon planen sonst. Hat sogar noch ne Kiste hier. Die Berge. Oh, tschak tschak. Kannst du bitte mitnehmen? Ja. Ich hab nämlich zwei Mietkits. Nice. Was? Das ist so mit der Hebelkette hier. Gleich auf den Berg herabkommen. Oh. Scheiße. Warte mal. K Samantha. Warte mal. Warte mal. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was ist die Yamada? Sonst können wir vielleicht auch noch einbauen, sodass wir besser snipen können, oder? Ja, aber dann gehen wir am Berg weiter, dann sind wir etwa in der Mitte. Ja, dann besser, in der Zone, ja. Auch den, oder? Ja. Oh, das bin ich überhaupt nicht. Ausgeladen kommt kein Fallschaden, nice. Wie viel Baumaterialen hast du? Ähm, 277 Holz, 100 Eis und 100 Stein. Ja, hier links wurde gebaut, bei W. Pushen wir die erst. Siehst du's? Ja. Ja, ich sie lasse direkt drauf, oder? Ja. Das sind so Pisse, schau dir die an. Bis sie rein campen wollen. Wo ist der Zweite? Ich finische den oben. Ah, hier. Hier vorne. Ja. Goldene Scar. Oh nein. Oh nein. Nichts nicht. Aber das ist noch sonst. Oh nein, bleib ab. Und dann kann ich sie nicht mehr an. Okay. Alles klar, ich werde angeschossen. Alles klar. Ja. Ja, bei mir. Der ist One-Hit oben. Unten ist auch noch einer. Ja. Aber das war der. Komm direkt. Gut. So, hinter dir ist noch ein Chug-Chug und eine Goldene. Ja, kannst du gerne Chug-Chug. Ich hab einen Chug-Chug. Auf Tasche. Echt? Ja. Nice. Medi-Kids. Und jetzt mit dem unten in Goldene. Halbautomatisch. Ist einfach. Nice. Fast alles Goldene. So, ich bin Chug-Chug mit dem oder nein? Ähm, ja. Also. Ich weiß nicht, ich soll ihn nicht, aber ich wechze. Wecker lässt du für. Was du willst. Also ich glaube eher weniger, dass wir ihn noch gebrauchen, weil es sind noch drei Gegner. Ja. Ich hab ihn noch über 50 lehnen. Ja. Am besten lässt es. Ah, fuck. Und dann. Wenn jetzt die drei Einzelne rein. Mhm. Das nachlandet. Aber Taktischen Machine Pistole ist relativ stark, und das ist ja... So. Und da wirklich 1-Shot. Ich hoffe, die haben jetzt keine Top-Posi. Sonst wäre er schon ein bisschen lost. Wir könnten sonst auf diesen Berge drauf gehen, wo ich mal kitt hab. Ja. Also. Dann werden wir in die Nähe unserer Position her. Oh nein. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Er hat den Headshot. Ja. Moin. Hat er dir Headshot gedrückt, oder wie? Alles klar. Zehneben. Ja. Ja. Er hat mich vielleicht mit zwei, drei Hits anglaubt. Oh. Belastend. Ja. Bist du noch schon der Spieler da? Ja. Können wir. Ah, moin. Warte. Moin YouTube Stegi, Topias und Mr. Hilo. Hilo Family. Moin moin. Hat er euch rüber geschickt? Freut mich auf jeden Fall, dass ihr am Start seid, natürlich. Broti Legger auch am Start. Natürlich beste Name EU West. Kann ich den? Warte mal kurz. Vielen Dank für die Likes auf jeden Fall und dass ihr aktiv gerade im Chat seid. Und grüßt auf jeden Fall, Hilo von mir. Der Real Clan Gott. Ja, du kannst mitzocken. Kein Problem. Moin Mila. Gefrorenes Brot. Alles klar. Da ist ja die Sache schon geregelt. Ähm. Tilted? Oder Shifty? Auf was hast du Bock? Ich geh mal kurz rüber zu. Hallo. Ich sehe gerade. Mr. Hilo. Wir sind am Giveaway Streamen. Haha. Auf jeden Fall korrekt, Digi. Dass du deine Zuschauer und Freunde rüber geschickt hast. Freut mich auf jeden Fall. Ich abonniere dich natürlich direkt zurück. Korrekt, der Dude. Ähm. Ja Moin, jetzt habe ich wieder den falschen Stream offen. 50 Euro pro Zuschauer sind drin. Ja Moin. Alles klar. Katsching, Katsching. Äh. Tilted. Ok. Die Freundschaftsanfragen nehme ich gleich an nach der Runde, Freunde. Sorgi. so wenn schon um diese uhrzeit so viele zuschauen dann müssen wir jetzt auch mal was zeigen ja moin ich rede gerade davon das war es dann mal wieder komplett ich habe leider nur ein scheiß lagerfeuer am start komm gib mir eine pomp ok es passt auch ich bin unter dir die mann von bruder bei mir sind gegner warte ich komme musst du zweiten stoppen ganz oben abhin beide ich brüchte noch da kommen nehmen wir halt mit wenn es hier nichts besseres gibt wir spielen party chat natürlich verspreche vor der win mr hilo vielen vielen dank oder ich ziehe es auf jeden fall durch für alle die gerade geliked haben und abonniert haben ich bedanke mich auf jeden fall bei euch hilft mir natürlich ein ziemliches stück weiter zu den 3000 abonnenten mein nächstes ziel also road to 3k ist da freunde hier sind ein paar unten oder hier sind ein paar glaube ich ja moin das war es dann mal wieder komplett alles klar alles klar youtube stege natürlich die ihr seid alle meine brüder und schwestern wahrscheinlich schwestern absolut 100 prozent männliche zuschauer auch hier haben mit zocken ich nehme kurz hier fahrs an komm 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 so ich habe angenommen und dadurch auch gleich ein beziehungsweise dich und dann alle die gerade mitspielen wollen einfach ein snake zhr und dann seid ihr auf jeden fall dabei wir könnten auf jeden fall noch verstärkungen gebrauchen für den squad so so einlager und sind aus auch perfekt gegenstand job ist heute nicht so nice absolut scheiße eigentlich wir haben nur das volksmusikfest als neuen emote ja keine ahnung was ich davon halten soll ich bin bist du wieder dabei ja ich könnte ich bin sogar im spiel ich bin sogar im spiel ich frage dir mal schnell den kollegen von mich wenn ich gerade zugange bin ja ja aber wir müssen noch ein wechseln dann spielt dabei noch was wir uns gerade erst angefangen okay dann spielen wir eine runde bist du in der htl ammer naja ich moin polska hallo hallo moin hallo moin ähm spezi ich habe ihn dann eingeladen ja ok alles klar ich glaube er macht doch gerade was ja ja freunde wir haben gerade sieben abos gemacht in halb kürzester zeit vielen vielen dank für alle die gerade von ähm hallo gekommen sind von mister hallo ähm ich bedanke mich auf jeden fall bei euch allen ja ist echt krass dass sowas noch gemacht wird um diese zeit liebe geht auf jeden fall an jeden einzelnen von euch aus meine freunde und dir auch nochmal danke mister hallo korrekte aktion von dir und wenn dann gut wenn du schlafen gehst wo wollen wir landen wo wollen wir landen ok ja wenn ich gut lande dann schon kann es gerade noch nicht so beurteilen wie ich lande sollte gehen wenn man schlafen vielleicht nicht so gut ist eigentlich ok ich kenne halt auch das alte land aber double l jup double l passt ok ja ok 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 ich habe für einen eine grüne m4 ja ich habe eine blaue und noch eine grüne wenn jemand braucht ja ich habe schon eine ok schon direkt drüber ja oh sorry ich dachte das wäre ein gegner ne ne ok schon ok schon ok es laggt absolut gerade hat jemand noch pump oder so ich habe nur eine ich habe nur eine von wo? einer muss noch leben glaube ich oder? ja 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 komm mal weiter rein das ist ein ich habe noch eine maine ich habe noch eine maine die geht für mich ja so ich habe noch eine maine die geht für mich ja so ok 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 die schießen schon noch nicht oh hier ist doch eine ohne blaue wo ist das wo ist das? ja ja von ganz oben ja von ganz oben alles ganz von ganz oben wo ist fuck ok der rechte hat es weiß auf jeden fall hier und eine neue skin und eine neue skin wahrscheinlich welche sind jetzt immer zusammen baubar oder? hoch wow es haben es pushen welche wow ey man igi das war es mal wieder warte ich wer baut ihr hoch es sind auf jeden fall bisschen mehrere oben ja direkt vorgehe ja direkt vorgehe einen habe ich igi kommt noch wer ja ja ich habe nur einen jump ich habe nur einen jump ich habe nur 5 ich habe gar keine pump ich habe nur 5 muss ich sagen ich bin ja ich habe noch pumpen und nie komm ok habt ihr vielleicht irgendwie healing oder so? das sind die wow what the fuck von wo? crossbow crossbow haben wir noch einen medikit oder ich habe gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr ja ja medikit warte da ich kann euch beiden eins droppen ok drop mal bitte ah es sind 2 ok von wo crossbow? ich glaube von ich weiß es nicht ich habe auf jeden fall nur einen jump hit ja lass noch nichts usen warte mal ja ja ich freue ein bisschen eine air money wenn ihr habt ich habe nur 27 er muss hier high ground haben dass er uns smiper money expert ich habe nur einen schuss was? komm komm die fans der motor oder was? ich komme irgendwo von links vom park oder so ja 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 hier drüben bei o oder wo? 3 nw 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 beim ricks ricks ok ich komme die pushen hoch ja bei mir unten bei mir unten bei mir unten ja scheisse ja tut mir leid ich bin aber eine gepusht sorry die waren direkt vor mir darum ja so der chat hat sich bei mir wieder deaktiviert ja moin ok big bay ja big band sind welche so der chat ist wieder da jetzt sehe ich mich wieder ok es ist one shot was kann ich noch mitnehmen ok lass dann big band pushen jetzt komm wieviel pump pointe hast du? ich kann irgendwas wow moin leute jetzt geht es aber ab hier ja moin ah jetzt sehe ich vielen dank für alle die gerade neu reingesuppt haben und ein like da gelassen haben freut mich auf jeden fall mega freunde also das ist ja um diese zeit echt krass von euch ihr seid die besten beste community wie best vielen vielen dank leute ah da hinten da hinten da die die feiten da hinten auf ähm 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 die sind wieder hinten in blockenlaut aber hintos ist irgendwo mit feilen alter ricks aber egal komm aber der hätte er zu richtig es ist er hätte sich für keine hobbys nee ich will sich ganz ruhig das ist auch nicht 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 so Also was sehe ich denn hier, Forex Army hauptsächlich, ja moin, alles gut, erst Mr. Halo und jetzt Forex Designs, ach seh, so jetzt seh ich ihn da hat sogar Facecam, ja moin, sympathischer Typ auf jeden Fall, vielen, vielen Dank Forex, vielen Dank Forex, ich hab auf jeden Fall bei dir jetzt auch ein Abo da gelassen, bist ja ziemlich sympathisch und so, also ich, ich hab dich zwar vorhin noch nie gesehen, aber, jetzt schau ich dir gerade im Chat zu, ja moin, absolut nice, um diese Zeit so viele Zuschauer, also das ist echt nicht mehr normal, freut mich, übelst. Ja moin, ja du musst halt wissen Forex, bei mir hat's ne kleine Verzögerung, ich weiß gar nicht was ich sagen soll, ja moin, erst von Hilo und jetzt von Mr. Forex, ich hab absolut Glück heute. Ja Leute, vielen Dank an alle, die gerade neu am Start sind, die gerade rein gesappt haben, rein geliked haben, ihr seid die Besten, um diese Zeit, Freunde, dann sind welche von Forex gekommen, dann sind welche von Play gekommen, dann sind welche von Hilo gekommen, ey, Grüße gehen auf jeden Fall raus und Props an all die, die mich gerade sozusagen kurz gehostet haben, ihr wisst was ich meine, also Zuschauer rüber geschickt haben, das freut mich übelst und ja, ist auf jeden Fall ne ziemlich nice Aktion von euch und vielen, vielen Dank, mir fehlen die Worte. Natürlich auch an alle, die gerade neu dabei sind, vielen Dank, dass ihr um diese Zeit am Start seid und ja, bleibt auf jeden Fall Abonnent von dem, der euch jetzt rüber geschickt hat, weil so korrukte Typen findet man echt sehr selten und ja, Grüße gehen auf jeden Fall nochmals raus an Forex und an Playl und natürlich an Hilo. Vielen, vielen Dank, Freunde. Boah, nice Digi, den Sieg holst du auf jeden Fall noch, sagst du? Ja, hoffen wir mal. Wer habt ihr noch? Ist eigentlich dumm, diesen neuen Raketenwerfer mitzunehmen. Er bringt mir ja nichts. Ja, kommt drauf an, wenn sich jemand eine Base baut oder so. Von oben rein ist dann schon nice. Ja, Mann. Oh, da machst du Rocket Ride. Ja. Ja. Oh, shit. Richtige Schwitze, Alter. Ja, schon so. Ah, hier vorne, ne? Ja, die... Äh, drei? Ah ja, ich bin ja Teams. Ja, moin. Jetzt nimm den Raketenwerfer. Warte. Die haben ja übelst die Bases gebaut, Mann. Ja, der Baum steht mal wieder komplett im Weg. Ja, moin. X, der Baum. Nein. Oi! Meine Hände sind zu kalt. Jetzt geht es aber los hier. Kann jemand pushen? Achso. Come on. Meine Hände sind zu kalt. Das kann ich irgendwie nicht bauen. Versteck dich unten, nimm den Raketenwerfer und Ball rein. Warte. Warte. Ja, schlau. Ja, schlau. Ja, sie pushen dich. Oh. Oh. Fuck. Das hab ich ja gar nicht gehört. Na, belastend. Ja. 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 Wenn ich jetzt andere Städte sehe. Oh. Ja komm, gehen wir nochmals raus. Ist okay für euch Leute? Geben wir kurz raus. Dass Spezi... Dass Spezi... B3. Achso. Dann mach ich halt nochmal Duo. Ach so, ja okay. Ist gut. Das wär in der Smoky hier nicht eingeschlagen. Ich bin gerade hier bei dem Forex. Raidstream drauf. Mhm. Ja, da müssen wir kurz. Ja. Der... Der... Ich hab nichts gehört. Ja, ich guck mal wie ich dann bleibe. Ja. Ja, Main passt eigentlich. Ja, lass Main kommen. Ja, für mich passt Main auch. Ja, ich geh aber Mitte Main. Ja, ich auch. Alles klar. Ne, jetzt lag es auch noch. Ja, man küsst du. Ja, bei mir hat es auch übelst gelagert. Ja, direkt Pump. Ja, ich hab keine Worte. Ja, sie ist mit drauf. Hier ist Gegner. Ja, direkt Pump. und das ist ein bisschen hat er noch für mich aber das ich hab nur ein bisschen ich hab gar nichts da ich hab nur ein Snakes kommen mit dann können wir hier die Pushen mit einer Pushen oh wir pushen mit Spitzhack ja moin absolut damage der Vergeltung gekriegt so das lag da auch so hart ja ich bin down man wir haben ja auch den Krebssmoke da da sind Blutkisten drin ja was soll man da machen da der steht da im Held nicht ja moin ja das war's wieder das ist aber abschließend gar nichts zu machen ja was soll ich dann machen egal ja ja moin auf sind ja 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 Spätziel wir hätten jetzt einen Platz frei. Ja wir sind zwei weißt, deswegen habe ich ja gemeint gerade. Ja, okay. Ach ja, ich gehe jetzt mal eine andere steuernählen möchte, hier so hingeben und hier so einen 20er Modus machen, wirklich so mit 20 zusammen oder so, wie es gehen könnte. Aber ich bin jetzt noch zu dritt? Ja. Alles klar. Wie heißt es nochmal auf YouTube? Dann push ich dich. Wie? Ich push dich dann. Wie heißt es auf YouTube? MrFreedomHD. Soll ich es dir kurz schreiben? wir haben wie heißt du auf youtube ich habe kein geld überkommt was mein kollege da ist der zertox der spielt einfach ab und zu malen mir ja das ist ja auch cool so ja auf jeden ja da ist der zertox einfach so weg natürlich ja ich teile wenn meine kollegen pehren jetzt eh alle ich pushe die einfach morgen früh ok dann abonnieren sie mich einfach so ja wäre nice ich hab gerade keine hände ja ok kommt und landet ihr gut in dieses mini haus bei mir war es das ich habe keine waffe ich auch nicht ich kann ich kann den dings im tier geben gegenüber im haus sind gleich welche hier ist direkt einer von bei ihnen genockt ich finde ich ihn unten hier im haus sind welche snack bei mir bei mir unten kommt schnell kommt schnell kommt schnell ich hatte so wenig munition in der m16 es war belastend was auf oder war richtig viele leichten alter da war Da waren 7 Stück oder so Da waren alle Ich hatte keine Pumpe Heute gehen richtig viele hin, ich hatte es gar nicht gedacht Ja, der Salty ist schon beliebt Möchtest du mal die Stiftik in oder? Ja, können wir machen Jo Oh, ich muss weg, gut, keine Ja, perfekt die Flugbahn Ja Kommt noch jemand mit, sieht nicht so aus Ah doch, doch Oben Oh Was ist das? Da ist noch ein Taktiker Ich habe eine Pistole Ich bin unten, Jungs Ich finde euch irgendwie dumm, ja, dass die Wart vor mir ein Gegner mit Pumpe Die hat gar keine Hände, Alter Noch einer, das ist immer noch drei Gegner Ich habe gar keine Waffe Nur eine kleine Standard MP Bitte, hol ihn Nein Ich hatte eine Pumpe mit Null Schuss Der war aber low, Digga Da sind zwei Leute hier geschreckt, also ich würde Alter, du hast keine Waffe Geht einfach hin, ja Ja Die sind eh alle low Wo, hier vorne? Ja Ja, sieh weiter geradeaus Da musst du jetzt, äh, links Links Unter, jetzt unter dir da Hier, direkt unter dir Ja Ja, hier Ja 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 Moin Ja 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 So geht's auch Ja Ja Spezi, wie sieht's bei dir aus? Sind die immer noch zu zweit? Ja Ja Ich komme jetzt auf jeden Fall in eine Runde rein Äh Das ist ein bisschen technische Probleme Ja, wir haben jetzt nochmals leider gestartet direkt Sorry Sorry Ein bisschen was grün, oder? Alles klar Ja Ich entgegege Ja Ich will Sie Wollen wir noch mal Salty oder? Ja, mir ist es egal. Ja, oder Faddlefields, na komm lass mal wieder Salty. Okay. Ein bisschen Stream-Stort, oder? Wie? Ein bisschen Stream-Stort, oder? Ähm, keine Ahnung, solange ich Bock habe. Ich denke mal so höchstens noch eine Stunde. Ja, komm jetzt nur hin, oder? Ja, ich bin wieder absolut beschissen gelandet. Ja, ich pehre dich nicht. Ja, ich pehre dich nicht. Ja, Moin. Lack seinen Urgroßvater. Ja, ich pehre dich nicht. Ich habe keine gesehen, ja. Ah, hier, hier ist einer, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Ja, bei mir bleibt ein Blut. Oh, goldene Pumpe. Nice. Eliminiert, Digga. Ja. Einmal alleine, oder? Ja, ja. Instant, ja. Wer schießt da? Sorry, ich. Ja. Ist hier keiner, oder? Ich hab immer noch. Nee, ich glaub das weiß noch. Oh, ich weiß nicht. Nein. Ja, Mann, Ska. Oh, ich muss eine blaue R im Mini. Wenn einer will, der soll kommen. Ja, ich nehm die einfach mit, ok? Ja, gerne. Ich würde sie sonst untaken. Nice. Oh, ja. Brauchst du einen Pixildi? Ja, er. Ja. Ja, er gibt's nicht. Ja, er gibt's nicht. Ich hab mich überhaupt unten in kleinen, als Christoph. Aber, oder? Ich mach jetzt die blaue R. Muss nicht, der Bogen. Der Bogen, die blaue R. Nee, wir sind... Nee, wir sind zu, die. Nee. Willst du die? Ja, ja. Ähm, wo sind die Schildis? Habt ihr gesagt. Ja, da bin ich ja. Ja. Warte, komm. Hier unten im Haus, oder? Ja, im Keller. Im Keller. Im Keller. Ich will noch mal, okay, alles klar. Und noch ein Mediklick, gleich bitte. Ähm, will wir von euch Hakew haben, oder? Wie bitte? Braucht ihr ein Hakew? Ja. Nee, ist okay. Nee, nee. Okay, dann nehme ich die Mütze für meine Hakew hat. Ja. Wie bitte? Es ist gut. Es ist nicht mal überhaupt ein Koffer. Ja, ja. Wenn ihr nicht mehr wechseln könnt. Ja, ja, das ist ja auch bei mir. Ich muss mich auch bei dir. Ja. Ich muss mich immer zurück zur Spitze einbewechseln können. Ich muss immer dann andere Einstellungen wechseln. Aber egal, geht eh schon. Ah, hier ist noch eine Blower, ja? Was? Jetzt noch eine... ...Perticle, oben. Ja, auf dem Turm oben ist noch eine Kiste. Ja, und alle. Ja, vielleicht kommen ja welche von Retail. Also, es kommen welche von Retail oder vielleicht kommen welche von Retail? Ah, ich glaube, es kommt welche. Hast du noch ein Schiff? Ja. Wollt ihr euch automatisch ein Sniper, oder? Ja, würde ich nehmen. Ja, hier. Wo bist du? Oben oder unten? Ähm, ich bin hier, weil... Ich hab hier einen aufgefallen und... ...sieg hier unten und... ...ich droppte gleich nur ein Zonderstück. Bei mir jetzt auch noch eine Kiste. Ja, moin, das war's dann mal wieder komplett. Ich hab noch Kitter sitzen. Okay, ich hab selber einen Sniper jetzt. Alles klar. Hä? So Richtung Tomato, oder so? Ja, könnt ihr das nicht genau? Äh, ja. Ähm... Sind die ganzen Gegner? Hast du immer die Ticket zum Stacking, oder? Nö. Ich hab ein Mediket mitgenommen. Okay, denn ich kann stacken, ich hab zwei von. Ja. Ja. Ich nö das schon mit so. Okay. Hä, wo sind die Gegner, man? Sind alle Ticket? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja. Und das mit, ähm, das Ding ist, das Ticket nicht mehr gibt, also das Ticket nicht mehr geben wird, das ist alles fair, also das ist nicht real, das ist nicht wahr. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hoffe es kann. Ja. 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 Ich bin hier irgendwie... Erstens, der strahlt mich mal dahin, zu Tiltap. Warte, wo ist denn der? Irgendwo bei 60. Was? Hast du einen gesehen, oder? Ja, nein. Der Dings. Ah, ich hab noch Mini-Schildis. Okay, ich hab WiFinir mich mit. Ähm, ich kann dir Dreck eben, ich hab noch... Ähm, kommt ihr... Nimm immer alleine für dich mitzutun! Kommt ihr zu mir, hier ist es noch nicht gelootet. Ok, doch. Teilweise ist gelootet hier, aber nicht alles. Wir müssen ein bisschen weiterlaufen, Jungs. Hier sind noch mehr Ministers, als klar. Ja, nimm mal mit. Ich renne schon mal los zur Zone. Ja, ich komm mit. Ja, Tomato, ein Gegner, Tomato. Ja. Oh, Tom. Ja, komm mal. Ok, der ist down. Das sind aber noch, glaube ich, drei Leute. Ah, warte. Ok, einen senden wir uns noch hier. Bauen wir direkt. Boah, ist so weit bist du. Eliminiert uns den down. Das sind aber noch welche. Du bist ja so weit weg, Digi. Das war sie dann mal wieder komplett. Unter dir, Bruder, unter dir. Ok. Jetzt von oben, von überall. Alles klar, was geht mit. Ey. Kennt ihr diesen Bug, Alter? Ähm, muss ich dir helfen? Äh, zwei habe ich. Ah, dort hinten. Dort hinten. Dort hinten, warte. Äh, das sind Albaner. Dieser, äh, Dings, Alter. Dieser Bug, ähm, wenn du mein Dings... Die Waffe hätte ich schon in der Hand gehabt. Ist ja richtig belastend. Ja, Moin. Er gibt mir Headshot. Komm zu mir, komm zu mir. Die schiessen von S noch. Bomber dazu, bitte. Alles klar, alles zugebracht. Ja, Moin, Meisse. Hat jemand noch Medi-Git für mich dann? Ja, ich hab noch eins. Kannst du ihn, äh, gib ihn mal. Schnell. Äh, ich hab... Ich droppe ihm ein Minish-Release. Wir müssen den ein Albaner da pushen und er will in die Zone. Okay. Bisschen auch noch. Ähm, mich hättest es auch zwei Minish-Release geben können, also. Achso. Okay, den auch noch mal welche. Oh, hier ist das Loot. Äh, hier unten ist ein Eierwerfer. Oh, hinter mir irgendwo. Ah, ich seh's. Gegner. Ja, ich weiß nicht. Weißt du mich? Er ist einfach weggegangen. Bei W. Ja, vor euch. Nice, sehr gut. Sehr gut. Ich hab das Gefühl, dass er hinter uns noch welche kommt. Aber ich würd sagen, er ist weiter drin. Snakes, kannst du das Medi-Kit hier stecken? Nee, leider nicht. Ja. Okay, ich hab fünf Zässer. Okay, nice, Jungs. Ähm, wie viele kleine Munition habt ihr? Ich hab die gedroppt. Ich hab noch ne blaue AR hier liegen, hinter mir. Ich hab ne Scar jetzt. Ich nehm einfach das Nachkampfhafen jetzt. Ja, die ist auch überpowered, finde ich. Ich weiß nicht. Die schießt sehr schnell und 17er Schaden ist schon überpowered. Hat jemand noch Munition? Für was? AR? Ja. Ja. Ich hab seit 68. Danke. Für ein bisschen. Besuch mal, brauchst du. Ich hab noch am Start. Gemeinsam. Ja, wenn ihr noch voll, ähm, Materialien übrig habt, wär ich froh. Ah, brauchst du, oder? Ja. Ja, ich hab noch. Achso. Hier. Danke. Der schießt sich jetzt mit der Tonne aus, genau, ne? Ja, meine Waffe ist wieder nicht in meiner Hand. Okay, die Saison über. Aber ich hab noch Lagerfeuer, Jungs, die uns. Okay. Ich will gleich auf der Nacht. Ja. Es war eigentlich ein bisschen dumm von dir, Digga. Aber egal. Egal, egal. Der ist nicht so gut, Junge. Der bohrt wie ein alter Renner. alles die Leipzig aber sehr kräftiger weiter ich habe ein paar 7 hp gehabt das ist ganz gut zu krank und krumm wird Ich habe für dich noch Medikid. Okay, gerne. Hat jemand für mich noch Medikid? Nein, ich habe 15 Verbände gehabt. Aber ich kann den Lager... Ja, ich mache einfach Lagerfeuer für dich, oder? Oh, braucht ihr die Brigitteil-Sniper? Ja, nimm sie ruhig. Hier. Hat jemand noch Rocket? Rocket? Ja, ich habe zwei gedroppt. Wo? Kann einer... Ja... Ey, ähm... Expert, hast du noch Dings? Hast du noch ein Schildes? Ja, gib die mal. Ich stake die. Und du nimmst alle Verbände mit, okay? Ähm, wo hast du Rocket gedroppt? Äh, hier. Hier liegen zwei Stück. Wo? Ach so. Keine Ahnung, die liegen da irgendwo hinten. Da waren auf jeden Fall 14 Stück oder so. Hat jemand noch einen großen Schildtrank vielleicht? Nein, ich hätte... Ja, nix mehr. Ich habe nur 10 Minuten. Okay. Okay, da ist was Legendäres oben. Ähm... Ja, hier überall liegen. Nimm die und dann komm wieder. Alles klar, ich habe jetzt nur zwei gefunden, aber egal. Ähm, Jungs bei... äh... Zwischen W und NW. Haben die eine Base gebaut. Ah, oben auf dem Hill? Ja. Ja, ich sehe ja die Bonn. Okay, jetzt Bonn schwäche hoch, jetzt Bonn schwäche hoch. Nein, Mann. Ich habe die jetzt nicht getroffen, oder? Nein. Krass, Mann. Ja, ich würde sagen, wir gehen links auf dem Hill, auf diesen kleinen, wo ich jetzt markiere, Jungs. Ja. Lass mal hier drauf. Dann können wir so... Ja. Ja, die feinten da auf jeden Fall. Ja, dann lass sie mal. Ja, lass sie mal feinten. Ich habe das Zweifels... Ich... Ist mir Metall Baseborennimmst, ich habe gut Metall. Ich habe genau ein Metall, also. Mit einem Schöpflichen Meister. Da brauche ich mich im meisten. Den brauchst du gleich für uns alleine, oder brauchst du jederzeit noch? Ich würde sagen, jeder wird... Eh, nee, komm. Ich mach jetzt fair. Warte, dies kaputt, mach mal. ok komm komm rein, bau dir eine Tür unten, unten, unten Jungs ok ok, steh den, steh den 1, 2, 1, 2 1, 2 willst du den haben oder soll ich ihn holen? nehm ihn ruhig nehm ihn ruhig nehmt euch den RPG nehmt euch den RPG nehmt euch den RPG nehmt euch den Pum hier ist noch ein Scarf, wenn einer braucht und diese neue Dinge hier ist ein Scarf hier ist ein Scarf Snakes, komm Digga, ich hab noch was für dich ja komm zu mir hier die neue Pum ah ich hab's schon in Gold aber danke aber danke dir aber danke dir, ja ja passt auf die Base bei NW und N ja ich hab auf links hier ist 2, look at me ja die fighten da alle oben, glaub ich ja gehen wir da hoch oder wir gehen hier diese Treppen und dann ein bisschen da von links und dann können wir da von links kommt einfach mit Jungs wir müssen auf jeden Fall aufgehen werden ja das ist klar ähm, kann ich entweder etwas Pum kommen und haben, ich hab genau 4 Stück uha Jungs, ich hab 117 was ich dropp dir hat ihr immer noch Rockets? äh mit Losto? ich hab nur 3 ok ich kann ein bisschen gehen ok ich stecke habt ihr was gedrofft? ja wenn es kommt huiuiui noch 2 Leute kommt aber ich glaub das sind diese 2 neuen Skins ich hab auf jeden Fall davon gesehen die haben basiert ja ne dunkle Reisen da direkt close vor mir ja 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 treibst gute runde ja 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 Hab ich noch Rocket Money? Äh, ich meinte, ne, ich hab nie. Okay, nice. Das war ne Base hier bauen. Oh, zwei Meter. Äh, last Base bauen. Äh... Oh, shit, das ist ein Camp-Dig. Camp-Dig! Über dem Haus bei Friesen. Oh! Oh, was ist denn der Beat nochmal? Ah, der ist safe in den Brunnen. Safe im Brunnen. Vielleicht so ein Nose-Kind, der vielleicht eine graue Eier hat. Äh, gut. Und noch ein Jump-Hit. Oh, das ist... Oh! Ja, wir sind perfekt, Leute. Machen wir eine Base hier, kommt. Okay, wir machen, ja. Ich hab auf jeden Fall zwei Jump-Hits, glaub ich. Kleinste Zone, Jungs? Nein, Spaß. Ja. Würde ich machen, aber ich hab keine Dings-Hitling. Ja, ja. Ich auch nicht. Nee, nee, nee. Mach, lass nochmal. Und wo hat denn der jetzt geschossen? Die Eierkopf. Der ist irgendwo auf mich geschossen. Ich fang mal an Base zu bauen, okay? Ah, guck mal, Jungs, guck mal, der ist bei mir am Baum. Ey, er kriegt sich Verbänder, Jungs, ich hol ihn einfach, okay? Ja. Entschuldigung. Ich hol ihn einfach mit Dings. Jungs, seht ihr mich? Guck mal, ich troll den. Ich troll den. Guck mal, ich troll den. Oh, wie schlecht der ist. Jungs, guck mal. Ja. Ja, Moni. Ich geh nicht jetzt. Sind beide bei dir, oder was? Ah, nice. Alle waren ja alle. Alles klar. Yay, U-bestimmung. GG alles. Ja, Moni, schlaf in den Tod. Alles klar. Ja, du kriegst das Foto von ihm. Nice. Ein Sieg zum Schluss. Also. So. Habe ich vergessen, habt ihr? Ähm. Moin, hatte ich. Wie viel? Moin. Alles klar, ich hab zwei. Na, ich auch. Haha. Da gehen die anderen nicht so krasser auf Kölz gespielt. So, die haben die ganze Zeit so ein Ding. Äh, Snakes, zockst du noch ne Runde, oder gehst du jetzt raus? Ähm. Puh. Ja, wir können schon noch ne Runde starten. Okay. Ja, okay. Ja, ich werde dann auch dabei. Ja. Also, ich band jetzt einfach den Stream, aber ich zock noch weiter. Ja, ja. Ich band kurz den Stream, dann bin ich gleich wieder da. Alles klar. Ja, Freunde. Ähm. Ähm. Und der Stream geht jetzt zu Ende. Ich kann euch gleich sagen, wie lange ich gestreamt habe. Ich habe hier die Watchtime offen. Ähm. Wo ist es denn jetzt wieder? So, hier. Ja, Leute. Ja. Ja, Leute. Ja. 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 Dann sage ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Morgen. Ja. Beziehungsweise heute Abend gibt es auch wieder einen Stream. Diesmal wieder mit Vanessa hoffentlich. Und Gabriel hoffentlich. Und ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, meine Freunde. Bis morgen. Und ciao.